Los, hallo und herzlich willkommen hier zu einer Runde UHC und zwar bin ich mit Cerebro in einem Team und ja gut. Genau, wir sind jetzt hier in der kleinen Vorproduktionsphase für die Ferien, bzw. für den Urlaub. Und ja, das ist das erste Video, ich weiß noch nicht, ob ich jetzt jede Woche ein Video oder zwei machen werde, jetzt werdet ihr dann nochmal genauer sehen und es ist ganz genau so, also du baust die Bäume ab, dann shoppen die Logs irgendwo. So, ja, dann bau du mal ganze Zeit erstmal Holz ab, dann. Du kriegst direkt ein Steinschwert, ne, und es ist 20 Minuten Schutz, äh nicht 20, doch, ne, wo steht die Schutzzeit und du kriegst direkt einen Eisenspitzt, zack, also verzaubert. Ähm, ja bau du das mal ab, ich baue ein bisschen Holz noch mehr ab, wir haben Schutzphase, hier sind direkt Äpfel, also Äpfel sind wichtig, weil, ähm, du weißt Bescheid, ne. Mhm. So, die Schutzzeit beträgt, keine Ahnung wie viel, die kommt dann wahrscheinlich gleich noch. Du kannst mich immer, wo ich, da willst du immer so einen Pfeil nehmen, meinen Namen. Ja. Wir gehen erstmal, bist du schon in der Höhle, hier ist Schukarohr, die nehm ich mal mit. Äh, soll ich dir ein Eisenschwert machen? Wäre nicht verkehrt, und hier findest du Diamanten auch in der Oberfläche. Schau mal kurz hinter dir, da ist zum Beispiel schon Gold, das, äh, das kriegst du ja nur mit dem Eisenschwert, äh, Eisenpicke. Kannst du dir schon mal bauen. Guck, äh, Teleportation, wir haben 20 Minuten Zeit, also. Ja. Deswegen schneiden wir das Ganze schön runter. Damit man es auch schnell hochladen kann. Machst du das auch so, oder? Ich mach 1080p immer weiterhin. Äh, nee, ich mein, ähm, schneidest du es auch runter, oder? Ja, wahrscheinlich. Schneidest du es wahrscheinlich auch so für 10 Minuten, oder so. Weil, dann geht es schneller mit dem Hochladen, dann kann ich auch mehr Videos machen, weißt du? Ich werde wahrscheinlich auch Timelapse-mäßig was machen. Ja, ich auch. So, ähm, wollen wir in die Höhle rein? Ja. Okay, hier ist anscheinend, ja, hier ist noch ein bisschen Eisen. Vor allem, ich hol grad noch mal ein bisschen Holz. Mhm. Also, ich weiß nicht, ob wir jetzt so auf Gameplay aus, da ist schon einer tot. Also, ich weiß nicht, ob wir jetzt so auf Gameplay gehen, so wirklich, weil wir müssen echt ein bisschen, was heißt, Hine machen. Ich mein, wir haben schon noch ein bisschen Zeit, aber. Ja, wir wollen heute auch was schaffen, weil jetzt ist gerade halb neun, und wir wollen heute schon noch ein paar Folgen machen. Ja, dann komm mit hier runter, hm? Jo, warte, ich mach mir auch noch eine Eigenspitze, okay. So, ähm, geht's da runter? Runter bauen müssen wir uns. Ja, okay, dann machen wir das. Wie gesagt, wäre geil, wenn man keinen Schaden verliert. Also, wenn wir keinen Schaden verlieren würden, bis wir an Rohstoffen dran sind. Also, wie gesagt, Full-Dia müsste eigentlich schon drin sein, mindestens für einen. Böhle gefunden. Guck, so schnell geht das. Okay, hier ist ein scheiße Skelett, da geh ich mal nicht hin, weil wenn das abschießt, das macht schön Damage. Dann können wir nicht raggen. Äpfel hab ich zwar, aber hier geht's nicht. Ja, gut, wir müssen in eine andere Richtung. Okay, äh, wie machen wir das mit dem Skelett hier? Da sind schon Dias. Was weiß ich, rumbauen. Ich hab ja die Eisenpicker, du hast noch keine Eisen, oder? Doch. Okay. Oh! Du bist schon... Alter, Walter. Alter. Digger, Junge, was? Äh, lass mal... Das war... Weil da unten stand was im Chat und ich hätte so gedacht, du wärst schon tot, weißt du? Bis zum nächsten Mal. So... Thinking on my trip back, got some time to kick back. I get whiplash if I stop now. I've been moving million miles per an hour. Used to ducking, but I know they see me now. Tell them simmer down if they hatin' on me. I suggest you stop the faking, homie Bitch, the whole world waiting on me Ask me how I'm doing, I've been doing great Doing everything I said I would There aren't really many who relate Shout out to the ones who always knew they could If you ain't checking for me, hope you checking out I can teach you what to check about If the money made ain't by the heart You would sell out way before you even start See a lot of people ain't about the art They're just trying to claim a name If you don't ever put the work in How the hell you gonna precipitate Without that, then I doubt that You ever gonna make it rain This is not the lotto, stick to scratching tickets I'll be here tomorrow, you'll be here a minute I'll be 40 spitting in the booth Spirits flowing like it's under proof In the building trying to hit the roof though Cause B seems to be my new mode And B seems to be my new home This dream turned to a long road But what I planned out, finally panned out Sifting through it, finally think I found gold Will you ride with me Till the clouds rolling Till the road gets rough Till the tires don't spin Will you ride with me Till the curtains close Tell him nobody And hell has froze Will you ride with me Till the clouds rolling Till the road gets rough Till the tires don't spin Will you ride with me Till the curtains close Tell him nobody And hell has froze Never stepped inside my shoes Will never assume you know where I've been Found the safest haven in your arms But my heart alarmed Don't you settle in Pedal in the pain Pain in the picture Will let me refrain Open the bottle I bottle again You loving the man That you're kissing the day Or the name that I became A man who changed Will find a change Cuffed by chains I'm fake I lost my way Inside this time Where fake is seen Never looking back Our joy is a struggle We soak They'll say stay inside the picture Rationalize your hope And if they break you down a day It's just a better chance to grow Will you ride with me Till the clouds rolling Till the road gets rough Till the tires don't spin Will you ride with me Till the curtains close Till him nobody And hell has froze Will you ride with me Till the clouds rolling Till the road gets rough Till the tires don't spin Will you ride with me Till the curtains close Till him nobody And hell has froze jetzt lab es mit ok 30 sekunden ich komme zu dir fast getroffen nein nein wo bist du wo bist du alles gut alles gut wir brauchen essen auch ja ja dann riskier doch mal gucken ob du riskieren kannst ein bisschen ja ja hier ist noch gold herr wo bist du eigentlich vier sekunden drei sekunden zwei sekunden eine sekunde teleport ok ok gut jetzt musst du aufpassen jetzt musst du aufpassen jetzt brauchen wir essen jetzt müssen wir nah beieinander bleiben jetzt sind hier noch guck mal wie viele leute hier sind und du kannst nicht mehr rennen müssen dringend essen finden ja also so ein paar kannst du ja ich kann rennen essen ganz viel essen ganz viel essen hier vorne komm her und da links sind welche voll dir egal egal nimmst essen kommt zurück weil ich kann nicht mehr rennen jobs job schnell job schnell job egal ich esse gold dafür braucht er brennt nicht dem sein mail kommt den krieg ich noch den kriegen wir noch ja den haben wir pass auf ich bin low geh da raus geh da raus geh raus da geh raus geh raus lassen da drinnen ich habe mir das beste gesnackt er hat nur noch sechs leben ja da und dann die man beide voll die haben wir kriegen die ok ähm loote und zieht ja alles wichtige rein ja 36 äpfel ich habe sechs goldäpfel ich habe sechs goldäpfel ich bin heiß nur Gib mir auch mal ein bisschen was Oh ja, Helm, Helm ist gut Helm ist gut Ich hab den Helm gedroppt Okay, wie viele Goldäpfel hast du? Gar keine Keine Jetzt? Jetzt hab ich Den Rest verbrenne ich hier mal Ne, den, ja, den Dia-Helm, warte mal Den brauch ich noch Ich hab den nicht mehr So Alles Unnötige verbrenne ich jetzt erstmal schnell Ich hab noch 22 Zuckerrohr Ja Hier, nimm dir erstmal das Essen, nimm dir erstmal das Essen Ey, lass den Verzauberungstisch noch schnell machen Können wir? Ja Ich hab kein Buch Fuck Doch, warte mal Ich hab Zuckerrohr, ich hab Zuckerrohr Und von hinten kommt jemand, da hinten kommt jemand Da hinten ist jemand Alles gut, alles gut Sag Bescheid, wenn der auf uns zukommt Ich crafte Ja, da hinten ist die Wall Okay, er rennt weg Okay, warte Hab einen Enchanter Okay, setz hin Ähm Ich weiß, wo ist der Armboss hin Hast du einen Armboss? Ähm Nein, aber ich kann einen machen Ja, ich mach schnell Ich mach schnell, ich mach schnell Wie viele hier drauf gehen, gell? Ja Pass auf, die macht mal ein bisschen hin Die Border kommt näher So Okay, das reicht Mehr kann ich nicht machen Warte, lass nochmal drauf Ich hab noch sechs Ich kann noch einen Goldäpfel machen Wie viele Goldäpfel hast du? Einen Okay Wie viele Äpfel hast du noch, normale Äpfel? Äh, seit 35 hier Nimm alles Oh, geil Geh mal Lass, beeil dich mal Pass auf Nein Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, 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 weg Du stirbst direkt Du bist tot Geh weg Nein Ja, warte Lass, lass sein, lass sein, lass sein Ich hab noch die Goldäpfel Den Rest ist scheißegal, was mir da ist und liegen haben Komm her, komm her, warte Ich hab jetzt alles verzaubert, was geht Ich hab, nein, ich kann nichts mehr machen Das will ich auch nicht, gut Okay, warte Gut, wir sind, wir können jetzt gar nichts mehr machen, beide, ne? Bogen, 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 bogen Bogen, bogen Bogen und Rüstung Hey, du hast mehr Verzauber mal hier einen Bogen Oder willst du craft sein oder lohnt es sich nicht mehr Ich muss mal craften, schnell Oh, ich hab Aha Das hab ich genug Ich hab noch ein Level Ah, jetzt schmeißen damit Hast du einen Bogen? Ja Stärke 1 Wenn ich mehr Kannst du Daten kommen Sind zwei Nee, ich kann nichts mehr machen, okay Äh, wie viel Wie viel hast Ich esse einen Goldapfel Gut, das reicht Ich esse einen Goldapfel Das sind nur noch Naja, es geht Okay, wenn wir Glück haben, sind das welche, die Entschadet sind Warte, lass auf den einen Ich hab den jetzt getroffen Ja Ich gucke, was das für eine Menge ist Schieß da einfach mit dem Bogen rein Aber halt dich fern Nein Dominik, hilf mir Ah, du bist da, gut Alles gut Alles gut Die gehen beide auf mich Beide auf mich Beide auf mich Bin tot, bin tot, bin tot Lauf, 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 lauf Ich hau den Wasser rein Ich hau den Wasser rein Die boosten sich, die boosten sich, die boosten sich Ich versuch die ein bisschen mit dem Bogen Okay, die haben mich weggepusht Die hab ich weggepusht Dominik, ich komm wieder um den Kreis rum Ich komm wieder um den Kreis rum Bist du da? Wo bist du? Wir sind wieder zusammen Okay, sind die noch hinter mir? Nein Nein, 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 okay, gut Alles gut Wir sind wieder zusammen Ich schieße mir einen Bogen drauf Was ist Absorbe? Potion Absorbe? Potion Ich trinke das mal Oh, lol Was? Jetzt hab ich Absorbe Ach, das war eine Absorbeation Ja Rack doch mal Mann, ich rack nicht Was ist denn das? Ich muss noch einen Goldapfel essen gleich Bin kurz vor dem Kampf Wie viele Pfeile habe ich noch? 89 Ich hab noch einen Nee, Quatsch, noch mehr Warte, warte, warte Ich esse einen Goldapfel Lass da drauf Au Die haben einen normalen Bogen Der zieht das nicht Alter, ihr habt einen Firespekt Mann, ja Ich bin aus der Border raus Oh, ich auch Firespekt Scheiße Der eine frisst Gold Ja Ah, da sind welche Das sind welche Überall Bist du tot? Nein, 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 nein Geh weg, geh weg, geh weg Geh weg, ran weg Ich hab nur noch ein Herz Ah, ah, ich bin tot Ja, okay Ich wurde alles gegen die Border geknallt Und dann Ich hab ein Herz, Mann Ich hab ein Herz Und kann nicht Ich hab keine Goldapfel Wo bist du? Wo bist du? Ich bin so gut wie tot, Alter Ich versteck mich jetzt irgendwo Hä, wo bist du? Nein Hä? Verfolgt mich jemand? Nein, okay Scheiße, Mann Ich kann mir keinen Goldapfel Doch, ich kann mir noch einen Goldapfel machen Das wäre meine Rettung Hä, wo bist du? Ich bin im Wald hinten Komm schon Ich wurde dann alles gegen die Border hinten gebankt Und dann Ja Ja Aber das ist ein gutes Video Also Alter Wenn du Wenn du im Spectator Mode bist Dann kannst du runter Und kannst du den ganzen Erdze sehen Ich weiß Sehr geil Okay Ich rack Ich bin zwar nicht voll gereckt Aber immerhin ein bisschen was Aber vorhin hat da jemand Alter Da hat da jemand 24 Herzen Wenn ich richtig gesehen habe 20 hast du ja normal Ja Ja, ich rack nicht mehr Ich hab nur noch 4 Herzen Oder so Fuck, ich hab kein Gold mehr Ich könnte ja vorher noch versuchen Abzustauben Macht jetzt eh keinen Sinn mehr Irgendwas Ach, du Kacke Das sind 20 Leute Ich warte einfach Bis nur noch sauwenige übrig sind Ja Dann mach ich das Okay, die Runde geht schon eine halbe Stunde Ey What the fuck Echt? Ja Das können wir dann schön runterschneiden Ich verpisse mich einfach mal ein bisschen hier Mann Ich brauch nur Äpfel Äh, nicht Äpfel Gold Ich guck mal Ob hier irgendwo noch Gold liegt Beziehungsweise ob hier noch irgendwo Crap von irgendwelchen Leuten liegt Aber der erste Kampf war gut, den wir gemacht haben Ja klar Ja, hinter der Border liegt noch ein bisschen Crap Alter, der liegt noch voll Alles mit Dia voll Warte mal, was ist Ne, meine Crap war das nicht Scheiße, Mann Komplette Dia-Rüstung entscharnet Dia-Schwert Äh, Tränke Gleich stirbt wieder einer Aber das ist zu weit aus der Border raus Fuck So ein ganzes Team ist noch am Leben Und ein Einzelner Mhm Ja, die kämpfen da vorne gerade Dürfen mich nicht sehen Aber die Border sind schon übelst klein geworden jetzt Es wird irgendwann nur noch ein Wasserkampf Eben Ein Wasserkampf ist scheiße Ja, die kriegen mich Ja, die kommen zu zweit Mann Ja, guck, jetzt muss ich nämlich ins Wasser Jetzt haben die Ja Es ist Und aus der Border raus Ja, ja Oh, kacke Ja, die schießen mich aus der Ja, Mann Scheiße Voll aus der Border raus Egal, Leute Ich hoffe mal, dieses Video hat euch trotzdem so gefallen Ähm War ganz Noch ein wenigstens zwei Kills Aber richtig cool Wir waren richtig krassem Rüstungsnachteil Aber haben es dann trotzdem noch gerissen Ja Hatten die Und wir waren einfach Wir hatten einfach nur Dia-Brust Und die hatten sogar einen Schaden Wir haben die trotzdem bekommen Bin mal gespannt, wie das beim Schneiden aussieht Und ja, wir sind dann Ähm Dieses Video kommt jetzt Beziehungsweise in den Ferien ja schon Wenn ich weg bin Immerhin Geile Kills gemacht Und wir sehen uns dann beim nächsten Video Schaut beim Dominik vorbei Links in der Beschreibung Und bis zum nächsten Mal Ciao Genau, bei mir dasselbe Guckt beim Cerebobo vorbei Und ciao 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 Ciao